Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir nach langer, langer Zeit mal wieder zusammen Brawl Stars. Und ich werde versuchen, so viele Brawler wie möglich zu kaufen. Wobei es ja auch Wege gibt, wie man die ganz einfach freischalten kann, glaube ich. Ich bin noch der absolute Noob, aber ihr seht es ja selber. Ich habe aktuell 9 Brawler und 80 sind möglich. Das heißt, wir können uns noch sehr, sehr viele hier freischalten. Vielleicht über irgendwelche Star Drops bekommen oder was auch immer. Ich bin der absolute Noob in dem Spiel. Deswegen schreib auf jeden Fall mal ein paar Tipps und Tricks in die Kommentare rein. Und auf jeden Fall, was ist dein Lieblings Brawler? Und schreib mir auf jeden Fall auch in die Kommentare rein, warum er der Beste ist. Aber schauen wir uns das Ganze mal in Ruhe an. Wir haben 103 Trophäen gerade. Ich glaube, sind das meine Insgesamt-Trophäen? Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe ein einziges Juwel nur noch übrig. Ich kann euch meine Brawler ja mal ganz kurz zeigen. Aber das sind, glaube ich, nur so Standardmäßige. Wobei, ich glaube, der seltenste, den ich habe, ist Spike einfach. Den finde ich auch voll cool irgendwie. So ein Kaktusmann einfach. Der Damage-Dealer. Wobei der auch ein bisschen süß hier ist. Mr. P. Den haben wir noch. Ruffs. So, aber wir wollen weitere kriegen. Weitere bekomme ich. Äh, indem ich in den Shop schon mal reingehe. Oh Gott, es gibt hier so viele Sachen. Wir brauchen aber auf jeden Fall Juwelen dafür, weil ich habe nur... Nein. Warte. Das sieht gar nicht gut aus. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen Geld reinpumpen. Macht das Ganze auf gar keinen Fall zu Hause nach. Weil es einfach unfassbar teuer ist. Okay, Leute. Okay, Leute. Tausend Jahre später. Aber es hat endlich funktioniert. Wir haben 2000 Juwelen drauf. Dann gucken wir jetzt erstmal, was können wir uns holen. Ich würde sagen, XP-Verdoppler ist geil. Sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Auf bestätigen. Boom. Was können wir uns noch holen? Wir können uns ja hier verschiedene Skins holen. Aber ich glaube, das sind ja nur optische Veränderungen. Oder? Tägliches Geschenk holen wir uns auf jeden Fall auch. Back damit. Powerpunkte, Sonderangebot. Für beliebigen Brawler. Okay, ich kaufe es auch erstmal. Wird wahrscheinlich im Verlauf noch wichtig werden, oder? Oh Gott, Sonderangebote. Sonderangebote sind gut. Ich muss jetzt aufpassen. Das sind alles nur Skins hier, glaube ich. Ich muss ja die Brawler holen. Und hier sehen wir schon, die ersten Brawler sind jetzt im Sonderangebot drin. Wir können uns Frank holen oder Meg. Meg ist echt geistkrank teuer, ne? Ist die gut? Das ist die Frage. Ich würde sagen, wir kaufen die einfach. Die ist safe, legendär. 349, zack, weg. Da ist sie einfach. Neuer Brawler, Meg Tank. Die ist schon ganz cool. Irgendwie passt auch zum Sommer, würde ich sagen. Können wir uns noch holen? Können wir uns vielleicht auch? Wir holen uns Frank auch noch. Was soll's einfach. Da ist er einfach. Here we go. Neuer Brawler, Frank the Tank. Einfach in episch. Oh Gott, ich sehe, ich habe nur noch 1400 übrig. Was ist das denn? Nein, hallo. Deswegen mich dazu Sachen zu kaufen. Ey, hier gibt es noch andere. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir aus dem Shop mal kurz raus und wir gucken uns einmal die Brawler-Liste an. Wir haben mittlerweile, wir haben mittlerweile elf Stück. Was können wir denn hier machen bei Shelly? Das ist so der Starter. Ich glaube, das ist so der No-Skin, ne? Der Bock nicht wirklich. Kein Bock, die abzugraden. Wen können wir uns denn jetzt hier noch holen? Auf dem Star-Fahrt verfügbar? Hä, kann man die nicht einfach kaufen? War doch, funktioniert. Jetzt freischalten, Kauf bestätigen. Tag, da ist der Nächste einfach. Ich mach's so noch mal. Der sieht ziemlich cool aus, der Damage-Dealer mit zwei Knarren. Kann man spielen mit seinem X da drauf. Welcher Brawler ist eigentlich euer Lieblings-Brawler vom Aussehen her? Da bin ich auch sehr drauf gespannt. Der ist eigentlich gar nicht so übel, aber der ist halt nur grün. Ich weiß halt nicht, ob die Legendär nicht so die Besten sind. Ich glaube, dass wir einen Großteil der Brawler gleich auch einfach kriegen werden, wenn wir diese Star-Drops und so aufmachen, wenn wir da ein bisschen Glück haben. Deswegen holen wir uns jetzt erstmal nochmal ein paar Coole hier. Boah, wer ist der denn? Take DL? Den haben wir hier noch. Der ist doch geil. Den kaufe ich jetzt erstmal. Neuer Brawler. Oh, cool. Ich hab mir auch bis jetzt nicht angeguckt, welche wird wirklich geil sind. Ich hab halt echt keine Ahnung. Ich mach das jetzt nur nach Aussehen, irgendwie nach Gefallen hier. Was heißt denn auf dem Star-Pfad verfügbar? Krieg ich wahrscheinlich alle auch anders oder so. Der wird jetzt in sieben Tagen verfügbar sein, der Barry. Der passt doch zu mir. Das ist doch so ein Lami, man. Wenn ihr die Wahl hättet, Spike zu nehmen oder Mac, wen würdet ihr eher nehmen? Was ist der? Der ist legendär und der ist Damage-Dealer. Und sie ist auch ein Tank. Das heißt, sie wird auch Damage-Dealen, oder? Erst mal gucken, wer besser ist. Trefferpunkte 2300, 2x300 und Megamaschine. Und bei ihm? Ich dachte, das war schon cool, Spike, eigentlich. Aber wisst ihr was? Wir werden jetzt einfach mal Spike upgraden, weil den hab ich damals von Clash Games bekommen. Und durfte mit denen da aussuchen. Wir graden den jetzt einfach mal ein bisschen nach oben ab. Wir sind auf 3. Wir können maximal auf 11 hoch. Mal gucken, ob wir genug Munzen haben. Okay, wir sind schon leer. Mehr geht nicht. Sagen wir, weil der jetzt auf 5 ist. Wir wählen den einfach mal aus. Wir spielen einfach mal eine Runde. Und ich gucke, ob ich gleich einfach der Lage bin, durch das Gewinnen, noch ein paar andere Sachen aufzumachen. Das wird doch safe funktionieren, oder nicht? Wartet mal, ich will doch nicht Brawl Ball spielen. Komme ich hier raus? Ich will nicht Brawl Ball spielen. Digga, wieso bin ich immer als erster tot? Wie geil, der macht das Tor. Haha. Okay, was haben wir denn hier? Ich will doch ganz normales spielen. Was ist denn Showdown und Brawl Ball? Natürlich spielen wir Showdown Solo. Oh, ich bin gespannt drauf. Also ich glaube, je mehr Siege man holt, desto mehr geile Sachen bekommt man auch. Und über diese Star Drops und so könnte man ja möglicherweise auch neue Skins bekommen. Ich bin gespannt drauf. Wir machen 5 gegen 5. Erstes Match heute. Mal gucken, ob dieser Spikey Spike was drauf hat. Wenn nicht, kaufen wir uns direkt den nächsten einfach. Ich habe lange nicht gespielt. Das ist das erste Match wieder seit Ewigkeiten. Oh, mach kaputt die Box hier. Ich brauche die Sachen. Oh, da kommt schon einer. Nein, geh doch weg. Oh Gott, ich werde sterben. Hilfe. Schnell heilen und weglaufen. Der Eklige. Der hat alles abgezogen einfach. Wo sind denn meine Teammates? Okay, der ist tot. Ohne, wie hat ihn ausgeschaltet? Ist noch ein Power-Up? Sind noch 5 Brawler übrig. Oder ist einer? Was willst du, Digga? Ich fange dich mit dem Pokémon. Ach, kein Auge. Okay, der macht richtig Auge, aber der ist fast tot. Jetzt. Weg mit dir. Let's go. Was? Machst du schon Laune? Gerade wenn du der Beste hier in der Lobby drin bist. Showdown. Das ist ein 1 gegen 1. Ich bin aber komplett voll. Die Frage ist, ob wir den nochmal auftanken können. Oh Gott, der macht alles kaputt. Können seine Sachen abziehen. Okay, wir haben verloren. Kingen wir jetzt trotzdem irgendwas geiles? Ich verstehe die Siegesserie auch überhaupt nicht. Ich habe doch gerade verloren. Es geht los. Star Drop. Selten. Wir können doch was Besseres. Mythisch. Okay, wir sind nur bei Rare. Und bekommen Power-Punkte. Ja, okay, nicht übel. Komm, wir werden einmal gewinnen. Ich will ein Match gewinnen und möchte dann was Legendäres bekommen. Am besten kriege ich dann wirklich einen Brawler raus. Ich habe vorhin irgendwann eine Runde gespielt gehabt. Und da habe ich wirklich was bekommen. Er rastet komplett aus. Er kippt mich gleich schon. Ist das dein Ernst? Sind denn meine Teammates? Ich muss den ausschalten. Jetzt komplett am ausrasten. Aber hier sind echt viele gerade. Junge, Junge, Junge. Spike, du bist doch nicht der Beste, glaube ich. Ich dachte, du wärst viel geiler. Ich hoffe, auf gar keinen Fall der erste Sinne gleich drauf geht. Wer stirbt denn da die ganze Zeit? Hallo? Lebt überhaupt noch einer? Wie sind die alle? Gott. Oh, er ist eklig. Oh mein Gott. Ich bin einfach schon tot. Ey, ich glaube, Spike ist nix für mich. Was ist das denn? In der falschen geupgradet. Platz 5 einfach. Guck mich nicht so komisch an. Ich bin schlecht in dem Spiel. Ach, es ist jeder gegen jeden. Okay, verstehe. Ich dachte, das wäre mein Team gewesen. Ist ja gar nicht. Zählich, das sind meine Sachen. Komm, wie der ausrastet. Okay, erstmal verstehe, wie der Modus funktioniert. Hier ist ja wirklich jeder gegen jeden. Das heißt, theoretisch könnten auch zwei oder drei gleichzeitig auf mich drauf gehen. Der erste ist schon down. Ich glaube, der ist sogar relativ gut, der Typ. Oh mein Gott, den habe ich direkt weggeschossen. Sorry, Bro. Aber wannabe ist on fire gerade. Der rastet gerade richtig aus. Der ist hier jeden ab wegklappen. Guck dir das an. Oh Gott, ich bin so gut wie tot. Ich bin komplett durchgebombt einfach. Oh mein Gott. Was ist das für ein Killing Spree hier gerade? Ich glaube, ich bin der Einzige, der hier welche auseinandergenommen hat. Uh, das tut weh. Oh oh, mir tut es auch ein bisschen weh. Okay, er verfolgt mich auch gut. Ich glaube, der ist nicht so übel, der Typ gerade. Erstmal ein bisschen regenerieren. Ein bisschen in die Ecke gehen. Wir müssen wirklich giftig und eklig spielen. Genauso wie mein Skin aussieht. Oh mein Gott, den haben wir, oder? Den habe ich komplett weggekleppt einfach. Da gibt es nochmal was. Jetzt gebe ich meine beste Runde all time einfach. Das ist so crazy. Wir haben so viele auseinandergenommen. Was passiert hier bitte gerade? Weltrekord. Wannabe-Rekord. Oh mein Gott. Was ist ein 1 gegen 1? Was hat der denn dabei? Der hat ja richtig giftige Bomben. Aber der hat nichts mehr. Willst du weglaufen? In den Busch rein? Das war es, oder? Let's go. Ich glaube, ich habe fast die ganze Runde gekleppt einfach. Holy moly. Das war ja geistkrank. Ja klar hat das Spaß gemacht. Sehr viel Spaß. Wir haben 10 neue Trophäen bekommen. Und ich hoffe, jetzt kriegen wir was Geiles. Komm schon, gib mir irgendeinen geilen Skin oder so. Gewinne 3 Kämpfe. Guck dir das bitte an. Wir haben alles freigeschaltet hier. Aber ich finde den nicht so geil, den Brawler irgendwie. Ich finde den nicht so geil. Auch wenn ich komplett abgeruht habe. Gucken wir mal weiter. Was habe ich denn hier noch so? Was ist denn bei Shelly hier? Können wir die einmal upgraden? Was bringt denn das? Okay, wir kriegen schon mal nichts geschenkt. Ja, holen wir die nächsten, würde ich sagen, oder? Ich will mal einen richtig geilen haben. Wer ist das hier? Oh Gott, der sieht echt heftig aus. Der ist super selten. Okay. Ja damit. Der sieht halt auch wirklich ziemlich cool aus. Der Typ ist einfach so eine Kanone. Kanone und gleichzeitig irgendwie eine Bombe. Tick folgt Penny, als wäre er ihr Haustier. Wie habe ich ein Haustier geholt? Während sie ihren nächsten großen Plan aushackt. Was? Er ist nicht zu viel mehr zu gebrauchen, als Zeug in die Luft zu jagen. Das ist klar, Bro. Wir können ja mal einen neuen auswählen, mit dem ich gleich noch ein paar Runden zocke. Und mal gucken, ob das vielleicht einer ist für mich. Ich würde sagen, wir kaufen einfach von unten nach oben durch. Wir holen uns als nächstes einfach Bull, den Tank hier. Das wäre jetzt nicht so geil. Sag ich euch ehrlich. Er hat so einen komischen Nasenring, wie so ein Stier einfach. Geh weg. Kein Bock auf dich. Wen haben wir noch? Brock. Der ist ganz cool. Der hat diesen Raketenwerfer. Ich glaube, der könnte auch richtig abgehen. Jetzt sieht das so aus, als wenn er abgehen könnte. Wahrscheinlich ist das voll der Loop oder so. Wen haben wir noch? Rosa. Was ist das denn? Da feiere ich ja überhaupt nicht einfach. Die sieht ja voll komisch aus. Die hat eine Pflanze, die die auf ihren Kopf packen kann und gleichzeitig den Rucksack rein. Rosa ist eine Botanikerin. Okay, als ob, wenn ihr gewusst hättet, was ein Botaniker ist. Was denn, wenn ich den mal ausrüste? Wir sind bei 148 gerade. Was bekomme ich als nächstes? Wir haben als nächstes ein Teamereignis. Da bekomme ich ab 200 ein Star Drop. Und da drin könnte ja der nächste Skin drin sein. Vielleicht sollten wir das gleich einfach mal machen. Oder wir gehen als nächstes hin. In den Shop einfach rein. Und kaufen uns nochmal ein paar Goldthalerchen. Das können wir auch machen. Das mache ich sogar. Für... Wie viel brauchen wir denn? Ich glaube 30 reichen erst mal. Oder? Ich will nicht so viele haben. Ich weiß nicht, ob wir so viele brauchen. Und damit können wir jetzt weiter unsere Figuren upgraden. Die Frage ist halt nur, welchen Brawler soll ich auf Dauer einfach zocken? Also so mit am coolsten finde ich eigentlich El Primo. Aber ich weiß nicht, ob der was drauf hat. Wir könnten den auf jeden Fall noch einmal upgraden. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir bleiben sogar erst mal bei dem. Auch wenn der nur selten ist. Gadgets freigeschaltet. Das haben wir bekommen. Okay. Könnte cool sein. Der Team ist so ein Freak. Einfach. Okay. Lass uns mal gucken, ob der was drauf hat. Wir müssen auf die 200 Trophäen drauf kommen, damit wir diesen Start-Drop bekommen. Das hat doch jeder einen verschiedenen. Das ist halt nicht so einfach. Es gibt, glaube ich, gar nicht so den Geilen vielleicht. Es ist halt geil, dass er alles kaputt boxen kann. Per. Guck mal, der ausrastet. Der will den komplett wegboxen, glaube ich. Ah, ich glaube, das Klügste ist, erst mal sich ein bisschen zurückzuhalten. Es hält auch sehr langsam, muss man leider sagen. Es bockt auch noch nicht so. Der boxt sich. Der kriegt jetzt gleich ein paar. Der versteckt sich sogar. Komm her, Junge. Es gibt ein paar Prügel hier. Ey, Primo will dich haben, Mann. Haha, der Arme. Ich verstecke mich jetzt selber. Einfach gewünscht, wir warten hier einfach auf jemanden. Was da oben noch für Power-Ups sind. Wo sind die alle? Da ist der Nächste. Oh Gott. Der hat mich voll erwischt. Oh mein Gott. Geh weg. Wir müssen uns kurz heilen. Jetzt kriegst du Bombe, Junge. Jetzt kriegst du Bombe. Das hast du davon einfach. Du wolltest dich mit dem König hier anlegen. Und hast kassiert einfach. So, schnell komplett voll machen. Der kämpft doch irgendwo. Erzähl mir nichts. Was bringt das eigentlich, wenn ich hier draufgehe? Ich werde weggesteuert. Ah, ist cool. Ist cool. Ist cool. Wusste ich natürlich. Hä? War eine Fun-Frage. Guck mal, wie der kämpft einfach. Oh Gott, da ist er. Komm her. Bin selber angewöhnlich. Versteck mich vor dem. Angriff von hinten. Komm her. Und let's go. Wie viele Trophäen bekomme ich jetzt? Zehn Stück. Wir müssten jetzt ein bisschen hocharbeiten, glaube ich. Es wird ein bisschen Arbeit, glaube ich, werden für mich, oder? Ist auch krank. Siege Serie 11. Es stimmt doch gar nicht. Wir haben noch zwischenzeitlich verloren. Aber ist mir auch egal. Fünf weitere haben wir bekommen. Ich will den nächsten Star-Drop haben. Hier, wir sind bei 150. Was ist das denn? Juwelenjagd? Das ist das erste Mal, dass ich Juwelenjagd spiele. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich stand irgendwas von Juwelen oder so einsammeln. Das heißt, killen ist erstmal vollkommen egal, oder was? Wenn sie besiegt werden, lassen Brawler die Juwelen frei. Okay. Ja, ist korrekt, dass du auf mich drauf gehst, Bro. Auf jeden Fall sehr korrekt, dass du hier auf mich drauf gehst. Deswegen kassierst du jetzt auch erstmal. Hast du jetzt davon, ne? Rücks raus. Das war meine. Oh Gott, ich darf nicht so drauf gehen. Nicht in die Mitte. Da ist der nächste. Hier. Ich glaube, wir sind auf eins gerade. Erstmal verstecken. Das ist ein cooler Modus. Das ist ein einfacher Modus. Man darf hier nicht so gierig drangehen. Soll der auch noch in die Mitte gehen? Und ich klepp den jetzt einfach. Guck. Ey, der sneakt ja wirklich alle. Oh mein Gott. Ich habe, glaube ich, alle. Ich habe sechs Stück. Sechs Stück. Nein, ich sterbe selber. Spezialangriff. Was sind die nächsten? Sieben. Acht. Neun. Er ist so gierig. Er killt mich. Nein, das kann nicht wahr sein. Ich war bei neun von zehn einfach. Und deswegen verlieren wir jetzt, oder was? Wie viel hat der? Der hat neun. Box ihn doch weg. Es ist so schlecht, Mann. Es ist so schlecht. Okay, es sind noch 14 Sekunden. Boah, er stirbt einfach nicht. Haben wir verloren? Spielhighlights. Ja, das Highlight war, dass er mich weggeboxt hat. Ich glaube, das war mein Teammate. Wer bist du denn? Mein erster Freund überhaupt. Okay, geil. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, wir spielen nicht als Team. Ich habe meinen eigenen Teammate die ganze Zeit weggebombt. Ups, Entschuldigung. Ich habe das Spiel halt einfach nicht. Oh Gott. Gut, zählt das jetzt auch dazu? Wir machen bis 200. Komm. Wir machen nochmal. Sollen wir vielleicht den Brawler nochmal wechseln? Ich bräuchte jetzt 800 zum Upgraden. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal weiter, wen es sonst noch so gibt. Den könnten wir uns noch kaufen. Vielleicht mal einen richtig coolen jetzt einfach. Wer ist das denn? Der Typ ist einfach eine Kasse. Ist ja voll hässlich. Wer ist das denn? Draco. Der hat einen Drachen. Das ist ein Dino. Es gibt sogar einen Joker im Spiel. Wusste ich gar nicht. Leon ist, glaube ich, auch sehr, sehr beliebt. Der ist mir zu cool, ehrlich gesagt. Okay, kaufen wir uns den nächsten. Genie. Sieht doch auch ziemlich cool aus. Ist momentan im Angebot. 175. Zack. Ich will ihn auswählen und ausprobieren. Mal gucken, ob der was drauf hat. Ein mythischer Brawler. Was hat der eigentlich so für Outfits? Wir gehen auf Brawler drauf. Wo ist der? Da ist er doch. Oh mein Gott. Wie geil sieht der denn bitte aus? Kostet 5000. Und ich habe 0 davon. Wie kriege ich das? Nicht genug Bling. Ich brauche Bling Bling. Wie kriegt man das? Das sieht auch übertrieben gut aus. Wir brauchen Bling Bling. Wie kriegt man das? Mit Bling kannst du Skins, Pings, Sprays und Spielereignis kaufen. Bling bekommst du im Brawl Pass durch Zurücksetzung von Trophäen. Trophäen in der Rangliste in Star Drops und für Brawler Rangaufstiege. Das heißt, wir müssten jetzt ein Match machen, um auf die 200 zu kommen. Kriegen Star Drop. Wenn ich Glück habe, kriege ich ein bisschen was davon. Oder wir kaufen uns den Pass hier noch. Wir können ihn sogar zweimal upgraden. Wie geil. Können wir sonst noch machen? Ich habe ja keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was das hier alles macht. Ist aber alles zu teuer. Alles kostet hier irgendwas. Wir haben mittlerweile 18 Brawler. Okay, wir haben es doch, oder? 200. Wir können das einfordern. Und dann können wir das hier machen. Oha, was passiert hier gerade? Webo freigeschaltet? Oh mein Gott, wo kommt der denn jetzt her? Ich wusste es. Man muss die nicht nur alle kaufen. Man kriegt die auch einfach demnächst. Beginne mit der Freischaltung eines Brawlers. Was? Wähle einen Brawler? Was passiert denn jetzt hier alles? Leon, Crow oder Sandy? Sandy ist irgendwie ziemlich cool, weil sie ist einfach am Schlafen. Crow finde ich absolut hässlich. Und Leon ist so ein Abgehobener irgendwie. Er ist wie so ein Schuljunge, der in der letzten Reihe sitzt. Der macht auf cool, aber ich glaube, der ist eigentlich nicht so cool. Wir nehmen, glaube ich, Sandy, wenn er auf dem Schlafen ist. Okay, mache ich einfach. Los geht's. Nächster Brawler einfach. Geil. Wir haben auch neue Ereignisse. Was können wir noch machen? Tresorraub und Knockout. Ey, wie viele Spielmodis gibt es denn hier bitte? So, können wir jetzt aber noch irgendwas machen? Das sind Sonderereignisse. Ich kriege ja keine Stardrops davon. Hier kriege ich Stardrops. Ich brauche Stardrops. Wir müssen erstmal den hier wegpacken. Der gefällt mir überhaupt nicht. Wir können sie freischalten, aber das Coole ist auch, wir können sie erstmal testen. Ich will erstmal nachgucken, ob die wirklich so abgeht. Wo ist denn die? Ich glaube, hier unten ist das, oder? Okay. Holen wir uns die nächsten Brawler. Wir können ja aus jeder Reihe immer einen auswählen. Jesse, 8-Bit oder Rico. Wen würdet ihr auswählen? Das ist Jesse. Das ist 8-Bit. Und das hier ist Rico. Oh Gott, Rico ist ja hässlich, Mann. Ist ja geistkrank hässlich. Den haben wir dann noch zur Auswahl. Penny. Boah, das ist eine Kanone. Okay, das ist schon stark. Und Jackie. Okay, die sind alle voll hässlich. Also die meisten Brawler sind ja wirklich unnormal hässlich einfach. Die will ich ja eigentlich auch gar nicht haben. Oh Gott. Ich will die ja eigentlich gar nicht. Ich könnte mir alle kaufen, aber ich will sie gar nicht. Okay, das hilft ja nichts. Wir holen uns als nächstes Jesse einfach. 79. Weg mit dir. Werde ich wahrscheinlich niemals in meinem Leben spielen einfach. Dann holen wir uns den guten Rico. Mach mir den Rico. Ihr glaubt gar nicht, was passiert ist. Ich hatte einfach schwarzes Bild. Ich hab geredet, aber man hat es einfach nicht gesehen. Das gibt es einfach gar nicht. Ich weiß nicht, ob es hier eine Wiederholung gibt, aber ich glaub irgendwie nicht. Ich hab mir auf jeden Fall noch diverse Brawler geholt. Ihr seht's ja gerade. Ich hab 26 von 80. Und zwar hab ich mir einfach die geholt, die noch offen waren. Ich glaub, das waren alle in dieser Reihe hier. Diesen 8-Bit hab ich mir noch geholt. Wir haben uns auch Rico noch geholt. Den hier. Daryl, glaub ich. Und einfach die, die noch offen waren. Penny war noch offen. Carl. Jackie. Ich weiß gar nicht. Ich glaub, der Typ war hier auch noch dabei. Dieser Gast, der auch gar nicht so übel aussieht. Die hab ich mir auf jeden Fall alle noch gesneakt gehabt. Ich glaub, das habt ihr noch gesehen. Diesen Boat-Typen hab ich ja irgendwie bekommen. Und ich bin auf jeden Fall noch hingegangen. Und hab mir bei El Primo einfach dieses Outfit hier aus dem Shop gekauft. Ihr seht ja da oben auch schon. Ich hab mittlerweile nur 249 von den Juwelen. Das Einzige, was halt nicht funktioniert, ist das Aufladen bei mir. Ansonsten könnten wir uns noch viel mehr Sachen direkt sneaken. Ihr seht ja selber, ich hab nur noch 249. Aber ich zeig euch zum Abschluss nochmal meine Brawler-Liste, die ich hab. Einfach ganz kurz durch. Dann könnt ihr ja selber nochmal gucken. Und schreibt auf jeden Fall in die Kommentare rein, welcher von diesen Brawlern, den ich bis jetzt habe, ist der beste. Warte, welchen würdet ihr leveln und hochspielen? Und welche soll ich auf jeden Fall irgendwie blacklisten oder so rausbaden? Das sind erstmal die, die ich hier habe. Und die, die ich noch offen habe, sind halt die hier. Welchen von denen baue ich auf jeden Fall noch?